Des Weiteren möchte ich euch heute erinnern, wer Marius Müller-Westernhagen ist. Marius Müller-Westernhagen steht ganz sicher nicht für seinen Song Freiheit. Er ist vielmehr eine gekaufte, ich lasse das Wort jetzt mal weg, und er steht für die Impfpropaganda ein. Er ist nicht auf eurer Seite. Er möchte kein freies Deutschland zurückhaben. Er möchte gern die Versklavung und die Zerstörung unserer Wirtschaft, damit er einer der Profiteure dieser Angst ist. Und deswegen bitte ich euch von Herzen, auch wenn es ein schöner Song ist, zugegebenermaßen, spielt keine Lieder mehr von diesen Verrätern. Denn diese Menschen, diese Musiker, haben nicht eingestanden für die Wahrheit. Sie haben sich bezahlen lassen, und sie sind dafür bereit, ihre Fans als Opfergabe herzugeben. Sie haben sich jetzt barely aufged und weiter möglichenmaster Member zu werden. Bildt schon zusammen, diese Musiker nicht darf. Sie haben sich eine Schilder backpack war. Im Lei ist nicht los, aber es ist im Schilder, in denelessen Geschilderungen noch niezusang Without 330. Vielen Dank.